Der Bürgerbahnhof im Leipziger Stadtteil Plackwitz ist ein urbaner Ort mit viel Grünfläche. Es bietet allerdings auch eine freie Fläche für Wohn- und Arbeitsraum. Es hat sich mittlerweile einen Streit darüber entwickelt, wie die Fläche genutzt wird. Wer bekommt den Raum? LVZ – Unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ – Unsere Story. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nicole Gjiva von der Leipziger Volkszeitung und ich spreche mit LVZ-Reporter Josamania Schlegel über den Bürgerbahnhof in Leipzig-Plackwitz. Er hat sich die Debatte zu dem Platz näher angeschaut. 7.05.2022 Durch die Sicherheitsfirma des in Planung befindlichen Bürgerbahnhofs in Plackwitz wurde bekannt, dass sich eine Personengruppe mit einer Akkuflex Zugang zur Baustelle verschafft hatte, indem sie die Schellen der zur Absperrung eingesetzten Bauzäune auftrennten. Es waren über 50 Zaunsfelder betroffen. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Trotz sofort zum Ort entsandter mehrerer Streifenwagen konnten keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden. Ein vor Ort aufgefundenes Plakat lässt auf eine politisch motivierte Tat schließen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen wurden aufgenommen. Du hast eben gerade eine Polizeimeldung vorgelesen. Worum ging es da genau? Es war ja schon, es ist immer ein bisschen kryptisch aufgeschrieben. Naja, es ist eigentlich sehr sachlich aufgeschrieben, aber man erfährt nicht so viel. Und dann hat man das Gefühl, es ist kryptisch. Das ging mir auch so. Da haben offenbar Leute 50 Zäune abgeflext, Bauzäune. Und dann haben sie noch ein Plakat hinterlassen, auf dem irgendwas stand. Und ich wollte natürlich wissen, was stand denn da drauf. Dann habe ich bei der Polizei angerufen und die haben nochmal nachgeguckt und mir dann vorgelesen, was da stand. Da waren nämlich Flyer verteilt und auf denen stand, den Neubau sabotieren, kein Hotel am Radweg. Wo soll dieses Hotel denn gebaut werden? Dieser Flyer nimmt Bezug auf zwei Bauprojekte. Zum einen ein Hotel, was in ein altes Hochhaus reingebaut werden soll, direkt am S-Bahnhof Plagwitz und von Bauunternehmer Christoph Gröner beauftragt. Den Neubau sabotieren, das bezieht sich dann auf das, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich den sogenannten Bürgerbahnhof in Plagwitz oder den grünen Bahnhof. Das ist eine Brache, die so zwischen den Gleisen und so ein bisschen dem Wohnviertel Plagwitz liegt oder den Zollschuppen. Viele kennen das heiter bis wolkig. Da gibt es noch so einen Basketballplatz, der das umrahmt. Da gibt es parallel diesen Radweg, der da entlang verläuft. Hinten ist noch so ein Wasserturm und natürlich der S-Bahnhof Plagwitz. Über dieses Gelände reden wir. Wie ist der Stand der Debatte um den Bürgerbahnhof in Plagwitz? Der Bürgerbahnhof in Plagwitz ist eine Brache, die es eigentlich wahrscheinlich so hundertmal gibt in dieser Stadt. Und die, wenn ich hier die Kollegen frage oder auch Leute aus der Stadt, vielleicht keine besondere Beachtung verdienen würde. Ich glaube aber, dass man an dieser Brache gut verstehen kann, wie in dieser Stadt ausgehandelt wird. Wer, wie, wo wohnt und wie wir hier leben wollen. Was soll denn jetzt genau eigentlich da in dem Bürgerbahnhof gebaut werden? Das ist genau die Frage und vielleicht auch der Grund, warum wir uns heute zu dieser Story treffen. Das ist nämlich noch gar nicht so klar, was da passiert. Aber neulich, als da so ein bisschen die Büsche und das Geholz und auch ein paar kleinere Bäume schon mal weggemacht wurden und schon mal ein paar kleinere Gebäude abgerissen wurden und alles darauf hindeutete, dass da bald Baubeginn ist, wurden einige Bürgerinnen und Bürger aufmerksam und meinten, da jetzt mitreden zu wollen. Was, wie ich finde, ihr gutes Recht ist. Die wollen wissen, was in ihrem Viertel gebaut wird und vielleicht auch ein bisschen mitentscheiden und mitreden. Es ist, man muss sagen, noch gar nicht klar, was da hinkommt. Die Rahmendaten sind so ein bisschen ein dreigeschossiges Haus. Das haben die rausgefunden. Wahrscheinlich sowas Büros und Wohnungen können da rein. Genau. Du hast ja jetzt schon Bürgerinnen und Bürger erwähnt. Wer sind denn überhaupt die Akteure in dieser ganzen Debatte? Um wen dreht sich dieser Streit? Also da haben wir einmal die Leute, die da wohnen und mitreden wollen. Dann haben wir einmal das Bauunternehmen Levo, sehr interessant, müssen wir gleich drüber reden. Und natürlich die Stadt, die so ein bisschen als Vermittler zwischen den Ganzen steht und auch so ein bisschen als Entscheider. Und der aktuelle Stand ist, dass am Bürgerbahnhof nicht weitergebaut werden kann, weil dort wohl Zauneidechsen sich befinden könnten. Das ist aber überhaupt nicht gesichert. Diesen Stopp hat das Amt für Umweltschutz verhängt, der Stadt Leipzig. Und die reagieren meistens auch auf Hinweise aus den sozialen Medien und sowas. Und damit meine ich eigentlich konkret eine Telegram-Gruppe, die sich jetzt auch gegründet hat rund um den Bürgerbahnhof Plagos mit über 500 Mitgliedern. Und in der immer mal die Rede von Zauneidechsen ist. Und wahrscheinlich so auch schon ein erster kleiner Erfolg dieser Bürgerinitiative jetzt erstritten wurde, nämlich der vorläufige Baustopp. Jetzt muss also erstmal ein Gutachten her, sind da Zauneidechsen. Warum lehnen sich die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger aus diesem Viertel denn überhaupt dagegen auf? Der ganze Komplex da ist ein sehr besonderer Teil der Stadt Leipzig, glaube ich. Das ist einer, wo man noch so das Gefühl hat, auf einer Freifläche zu stehen. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Infrastruktur. Da ist ein Radweg, da ist ein Basketballplatz. Aber sonst ist das alles so ein bisschen selbstverwaltet, selbst ausgedacht. Man hat da richtig das Gefühl, dass da die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig sich ihren eigenen kleinen Stadtteil gebastelt haben und auch erstmal den Stadtteil so definiert haben, wie er eben vor ihnen dann liegt. Also wir jetzt gar nicht geguckt haben, wem gehört hier was, wo wird hier vielleicht mal was gebaut, sondern naja, man nistet sich dann eben ein. Man setzt sich dann eben mal mit einer Picknickdecke nach der Arbeit auf die Wiese und guckt. So. Und jetzt heißt es aber plötzlich, nee, da wird jetzt gebaut. Und die Vorstellung, dass da jetzt ein Gebäude hinkommt, dreigeschossig offenbar laut des aktuellen Bebauungsplans, ist für viele, die da wohnen, beängstigende Vorstellungen. Weil dann eben plötzlich was von dem, was sie immer so besonders da fanden oder wo sie dachten, das macht unser Viertel doch aus, das könnte da verloren gehen. Das ist auch richtig, glaube ich, das stimmt. Also dieser Ort würde mit diesem Gebäude nicht mehr derselbe sein. Wer will denn überhaupt da was bauen? Das ist die Levo. Das ist ein ganz interessantes Immobilienunternehmen. Manche kennen die vielleicht, weil die sich vor einer Weile eines Bauprojektes angenommen haben im Connewitz, an der Leopoldstraße. Das ist ein sehr prominenter Platz mitten in Connewitz und da was Neues hinzubauen, das hat sich eigentlich in den letzten Jahren niemand so richtig getraut. Weil man dann auch immer vielleicht den, ja sagen wir mal nett gesagt, Beurteilungen, aber vielleicht auch Angriffen, Farbangriffen des Viertels ausgesetzt ist. Die haben es dann gemacht. Das Ding steht da jetzt und bis auf ein paar Graffiti-Tags passiert da auch nicht viel. Grund könnte sein, Levo ist seit einiger Zeit Hauptsponsor von Fußballverein Chemie Leipzig. Und auch groß auf dem Trikot zu sehen. Und ja, wer sich ein bisschen mit Leipziger Fußball auskennt, weiß, dass Chemie-Leipzig-Fans auch vor allem in Connewitz zu Hause sind. Und auch der Chef der Levo ist alter Chemie-Fan, soweit das bekannt ist. Also das ist alles nicht ganz zufällig und ich glaube auch, dass es solche Unternehmen wahrscheinlich braucht, um in einer Stadt wie Leipzig, wo viele mitreden wollen, wo viele mitentscheiden wollen, wie diese Stadt sich entwickelt, es genau solche Unternehmen braucht, die irgendwie den Menschen auch nahestehen und einem vielleicht das Gefühl geben, dass sie die Stadt verstehen oder dass sie irgendwie mit drin hängen und nicht nur so ein reicher, großer Player von außen sind, wie das vielleicht Christoph Gröner manchmal den Einschein erweckt, der mit seiner Porsche-Sammlung nach Leipzig kommt und eine Spritztour auf der Porsche-Rennstrecke macht und sowas. Ja, das ist dann eher nicht so bürgernah. Genau. Und Levo stellt das ziemlich geschickt an in Plagwitz. Die haben sich einen Herrn als Projektentwickler geholt, André Jaschke heißt der. Der hat auch schon beim Eutritscher Freiladebahnhof ein Vermittlungsgespräch übernommen zwischen Bürgerinnen und Bürgern und denen, die da gebaut haben. Das war auch ein ganz sensibles Projekt. Da ging es auch immer viel um Artenschutz, Naturschutz, wie wollen wir wohnen. Und ich finde, das ist relativ smooth vonstatten gegangen. Der André Jaschke, der entwickelt nämlich nicht nur da die Gebäude, die da gebaut werden sollen, sondern der hat noch einen zweiten Job. Der setzt sich hin mit den Leuten, die da wohnen und redet mit denen. Und gibt denen auch vielleicht ein bisschen das Gefühl, zuzuhören und vielleicht auch deren Wünschen dann gerecht zu werden. Vielleicht ein paar Dinge mit in das Projekt mit aufzunehmen, die die Leute sich da für ihr Viertel vorstellen. Und den haben sie da jetzt auch eingesetzt. Und der hat es da aber nicht so wahnsinnig leicht. Das könnte zum einen daran liegen, dass es in Plaggwitz jetzt nicht so die Chemie-Leipzig-Fans gibt. Ich glaube, die Bürgerinitiative, es hängt nicht so an dem Namen Levo. Die haben jetzt nicht zu Hause das Chemie-Leipzig-Trikot hängen und sympathisieren da mit dem Konzern. Und das Zweite ist, dass man dort in der Bürgerinitiative, mit der ich mich getroffen habe, eigentlich einen klaren Wunsch hat, was mit dieser freien Fläche, mit der Brache passieren soll. Da soll nämlich am besten ein Wald hin, sagen die. Ein kleiner Wald ist aber auch schon entstanden. Das stimmt, es gibt dort schon einen Wald. Aber die sagen, es gibt ein Riesenproblem in der Stadt Leipzig. Und das ist die Überhitzung und das Heißlaufen der Innenstadt und auch der Viertel und der Bezirke. Und das stimmt, die haben einen Punkt. Ich glaube, in Berlin gibt es das Tempelhofer Feld, von dem viele sagen, dass das die Stadt runterkühlt. Wenn man sich Städte anguckt wie Madrid, wo die Leute im Sommer plötzlich in den heißen Tagen die Stadt verlassen müssen, weil es einfach nicht mehr zu ertragen ist, sieht man, dass das keine dumme Idee ist, auch Wald in die Stadt zu bauen, weil das immer auch alles ein bisschen runterkühlt. Und ich finde irgendwie, die haben auch Recht. Das Problem ist, denen gehört das Gelände nicht. Und der, dem es gehört, hat das Recht, dort etwas zu bauen. Aber es hat ja auch etwas Gutes, dass neuer Wohnraum entsteht. Kannst du uns erklären, warum das so ist? Total. Also alle oder die meisten Menschen, die sich mit Wohnraum beschäftigen, sagen, es ist immer gut, wenn neuer Wohnraum entsteht. Sogar, und das glaubt man dann immer nicht, wenn luxuriöser Wohnraum entsteht. Man spricht da vom sogenannten Trickle-Down-Effekt. Also man muss sich vorstellen, ein ganz reicher Mensch kauft sich eine sehr, sehr schicke Wohnung. Dafür interessiert er sich nicht mehr für die Altbauwohnung. Dadurch kann da der mittelständische Mensch wohnen in seiner Altbauwohnung und interessiert sich vielleicht nicht für die Neubauwohnung. In der kann dann wieder jemand mit einem niedrigeren Einkommen wohnen. Das heißt, die Luxuswohnung sichert auch dem, der wenig Geld hat, seine Sozialwohnung, seine Neubauwohnung, seine sehr einfache Wohnung. Das ist eine Theorie erst mal. Die kann man kritisch sehen. Man kann auch sagen, dass das Unsinn ist. Fakt ist aber, dass Leipzig eine Stadt ist, in der heute Platz für beides sein soll, wohnen und arbeiten. Und das ist eigentlich eine total interessante Entwicklung, weil das mal völlig anders war. Man sieht das, glaube ich, ganz gut an einem Stadtviertel wie Grünau. Da wird nur gewohnt. Und das entspricht so ein bisschen dem Geist der 50er Jahre und auch der Jahrzehnte danach. Da hat man gesagt, naja, in der Stadt wird gewohnt, aber Gewerbe und Büros und Handwerk und auch der Fleischer und der Bäcker, die kommen alle raus. Und dann fahren wir morgens alle schön mit dem Auto auf Arbeit und abends fahren wir in die Stadt und das ist schön ruhig, dann können wir schlafen. Das wollen wir aber heute ja nicht mehr. Wir wollen ja jetzt zum Beispiel eine Fahrradstadt sein. Das heißt, wir wollen morgens in zehn Minuten mit dem Fahrrad auf der Arbeit sein. Das heißt aber auch, dass vielleicht in einem Hinterhof ein Fleischer mal ist, der Gerüche versprüht. Das heißt auch, dass vielleicht ein handwerklicher Betrieb irgendwo mal ist, der Lärm macht. Das alles zwischen unseren Wohnungen. Und genau das sagt dann auch der Investor Levo. Wir bauen hier Mischgewerbe, wir bauen hier Wohnungen, wir bauen hier Büros. Das ist doch das, was diese Stadt eigentlich braucht. Und das ist ja auch Fakt. Leipzig wächst weiterhin. Und damit diese Stadt bezahlbar bleibt, braucht es Wohnraum. Was für ein Wohnraum da jetzt hinkommt auf dem Bürgermannhof, das ist noch nicht gesagt. Dafür ist das Projekt noch zu jung. Aber man sieht schon, wie dringend diese Frage eigentlich ist daran, dass sich jetzt schon so viele dafür interessieren und mitreden wollen. Was ich mich dabei noch frage ist, warum gehört das der Bürgerbahnhof nicht mehr der Stadt, sondern eben einem Immobilienunternehmen? Also es wäre ja cool, wenn die Stadt das entscheiden könnte. Ja, voll. Das wünschen sich viele. Das wünscht sich wahrscheinlich auch nicht zuletzt die Stadt selber. Ich dachte erst, das Gelände gehört der Bahn. Das sind ja auch so alte Bahngebäude. Der hat das auch mal gehört, 2012, 11, so. Dann hat die das nämlich verkauft für etwas mehr als 300.000 Euro an den Immobilienkonzernen. Das ist erstmal auch irrsinnig wenig Geld. Und man fragt sich, warum hat die Stadt dann nicht selber zugeschlagen? Aus heutiger Sicht wirkt das fatal. Also ich glaube, heute wäre das ein höherer Millionenbetrag, für den die Stadt das zurückkaufen müsste. Ja, wie ist das passiert? Leipzig war damals pleite, konnte nicht einfach so shoppen gehen und irgendwelche Gelände, Brachen kaufen. Ja, das war vielleicht auch eher ein Klotz am Bein, so eine Brache. Denn man muss sich vorstellen, Leipzig war damals eine Stadt, die geschrumpft ist. Also die haben 100.000 Einwohner verloren. Und auch das kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen. Überhaupt nicht. Niemand dachte, dass Leipzig so wächst, wie es jetzt gewachsen ist und dass solche Brachen mal total wichtig werden könnten. Also nicht nur, um sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern Mitspracherecht zu ermöglichen, sondern auch, um selber zu entscheiden, was wir bauen und dann eben nicht einem Investor ausgeliefert zu sein, der natürlich mit seinem schönen Grundstück, was er für sein schönes, gutes Geld gekauft hat, auch was anstellen will. Das kann man dem ja auch nicht verübeln. Ja, also der Bürgerbahnhof ist auch Teil einer Entwicklung, die nicht abzusehen war für viele. Und ja, so auch irgendwie vielleicht exemplarisch für vieles, was da noch kommt. Denn die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte, die kommen ja jetzt sozusagen tröpfchenweise auf uns zu, das ist der Bürgerbahnhof, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Das Interessante ist, glaube ich, dass der Oberbürgermeister, der damals nicht zugeschlagen hat und den Bürgerbahnhof Plaggurz nicht der Bahn abgekauft hat, dessen Name war damals schon seit sechs Jahren Burkhard Jung. Das ist halt total verrückt, weil man davon ausgehen müsste, dass eben Burkhard Jung, die Stadt Leipzig, sich gedacht hat, naja, wir schrumpfen ja, da kommen nicht viele Leute mehr. Voll. Das ist unvorstellbar. Total. Und Burkhard Jung verwaltet zwei verschiedene, völlig verschiedene Leipzigs in seiner Amtszeit, die jetzt schon so lange dauert. bald 20 Jahre, glaube ich, also ich glaube 2006 ist er, ne? Also naja, gut, sind wir jetzt noch nicht bei den 20 angelangt, der so bei 15, 16. Aber klar, er verwaltet damals eine Stadt, die geschrumpft ist und die nicht unbedingt scharf auf leere Flächen ist, an der S-Bahn-Strecke auch noch, ja, wer will da denn wohnen? Und er verwaltet jetzt eine Stadt, die total explodiert, wo jeder mitreden will. Wo die Leute Angst haben, dass es wird wie in Berlin, dass es teuer wird, wo Klima nochmal einen ganz neuen Stellenwert einnimmt. Ja, das ist verrückt und ja, er wird sich bestimmt auch ärgern, dass er damals das Ding nicht so billig gekauft hat. Die Bahn hat es dann für einen Sportpreis verkauft. Ich habe mal vor ein paar Jahren ein Interview mit der Autorin Valerie Schönian geführt. Sie ist ein Nachwendekind und identifiziert sich, also hat eine ganz neue Identifizierung mit dem Osten für sich entdeckt. Und sie sagt, dass der Osten, also dass das Charakteristische an Osten ist, dass es so viele Freiflächen gibt. Und ja, ich fände es spannend. Josa, wie siehst du das denn? Ja, genau so. Ich glaube, da bildet man sich hier auch was drauf ein, dass hier noch vieles einfach so leer steht, ohne dass das jetzt was bringt. Und auch dieser Bürgerbahnhof, da war früher halt so gehölzt, das war irgendwie so gestrüpp, würde man vielleicht sagen, ja. Eine Wiese und sowas. Also das war jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Das hätte man vielleicht noch sinnvoller machen können. Aber ich glaube, darüber freuen sich viele, gerade in Leipzig, wenn Dinge einfach noch so oll und alt und unbenutzt und leer sind und eben noch nicht so effizient und hier wohnt auch noch jemand und da ist auch noch ein Büro und hier die kleine Ecke wird dann vielleicht der kleine Garten von dieser einen Person, die da in ihrer Einzimmerwohnung, Eigentumswohnung wohnt oder sowas. Also diese totale Optimierung von Platz, das ist hier eigentlich noch nicht so. Und das gibt einem ja auch ein entspanntes Lebensgefühl. Also jeder, der mal am Bürgerbahnhof war und sich da mal hingesetzt hat und vielleicht irgendwie einen Sterni-Hanfradler getrunken hat und sich eine Zigarette selbst gedreht hat und dann hinter den Bahngleisen die Sonne untergehen hat sehen, der weiß, dass das ein besonderes Lebensgefühl da ist. Und das ist unbezahlbar. Und das ist deshalb unbezahlbar, weil man es sich eigentlich nicht mehr leisten kann heute. So traurig das ist. Gibt es irgendeine Aussicht, irgendeine Prognose, die man jetzt machen kann? Na, das Projekt steckt an sich ja noch total in den Kinderschuhen. Man kann auch gar nicht genau sagen, was kommt da hin. Also das wird, glaube ich, der nächste Schritt sein. Dafür müssen erst mal 900 ca. Eingänge aus dem Bürgerbeteiligungsverfahren geprüft werden. Das gab es nämlich zu diesem Projekt. Und ja, da muss man sagen, da haben viele Leute, die da wohnen, einfach einen Text aus der Telegram-Kuppe kopiert, gekopy-pastet und eingeschickt. Und da steht so ungefähr, naja, wir wollen hier keine Büros, wir wollen hier den Wald. Und ja, da ist die Stadt jetzt gefragt, irgendwie auch den neuen Bebauungsplan, wenn er dann sozusagen schlussendlich gefasst wird, da irgendwie so zu formulieren, dass da alle mit leben können. Und tja, ob das möglich ist, weiß ich nicht. Also irgendjemand wird unglücklich sein. Levo ist jetzt schon unglücklich, weil da Zaunerdechsen vermutet werden, wo die sagen, hier, wir haben ein Gutachten, können da gar nicht sein, kommen da gar nicht hin, die sind woanders, im anderen Wäldchen. Und die Bürgerinnen und Bürger sind ja auch schon unglücklich, weil die wollen da ja überhaupt keinen Beton oder was Dreigeschossiges. Also ich finde dieses Projekt sehr spannend, weil ich sehe gar keinen Kompromiss irgendwie so richtig kommen. Und ich sehe nur eine Bürgerinitiative, die total engagiert ist, aber auch sehr hohe Erwartungen hat und sehr viel Mitspracherecht einfordert. Und ich bin mir nicht so sicher, ob sie das bekommen werden oder ob die Stadt, sagen wir, dass denen das zusteht. Und tja, vielleicht passieren dann noch mehr so Sachen, wie die Sache mit der Akkuflex und den Zäunen, dass Leute sich auf eine andere Weise wehren. Und dann wird der Kampf um die Brachen in dieser Stadt und um die Freiflächen sehr real. Danke, Josef, für deinen Einblick. Voll gerne, Nicole. Bis bald. Und danke euch, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Abonniert doch LVZ, unsere Story, um keine Folge mehr zu verpassen. Lasst auch gerne mal Feedback da, wenn ihr mögt. Und wenn ihr eh schon dabei seid, dann auch gerne euren Themenwunsch. Das könnt ihr an podcast.lvz.de zuschicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche. Passt auf euch auf und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.